Bitcoin und Ethereum, was ist die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Hier oben. Okay, Bitcoin. Wir sind nach oben ausgebrochen. Ich war in der Telegram-Gruppe und die Leute haben mir gesagt, also das sieht sehr düster aus. Werden wir dampfen oder werden wir pumpen? Ich habe gesagt pumpen, aber das sieht sehr düster aus. Nein, wir werden pumpen und wir sind heftig gepumpt. Sehr schnell, schneller als was ich erwartet habe. Und eigentlich, wie ihr sehen könnt, ich habe hier eine Scamwick bekommen und boom. Und das ist direkt nach oben. Wir werden darüber reden und viel mehr in der heutigen Sendung, wo das Ganze hingehen könnte, wo Bitcoin möglicherweise hingeht in der nächsten Zeit. Also ich bin wirklich gespannt. Und natürlich, wir werden auch über Ethereum reden. Die London Hard Fork wurde aktiviert. Und jetzt burnen wir 10.000 Dollar Wert an Ethereum jede Minute. Und wir werden auch darüber reden in der heutigen Sendung. Also geht sicher, dass ihr das Video ganz bis zum Ende schaut. Ich mache heute kein Nachrichtenteil. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst. Also ich werde morgen Miami verlassen. Ich lebe eigentlich in Dubai. Und normalerweise habe ich in Chile gelebt. Und ja, ich liebe es in Dubai. Mir gefällt es wirklich sehr. Und ich habe eine tolle Zeit in Dubai. Und ich freue mich, wieder zurück zu sein. Mir gefiel es wirklich sehr gut hier in Miami. Es war schön, hier zu sein. Ich habe daran gedacht, noch ein Treffen zu veranstalten. Aber ich habe so viel zu tun. Also ich werde das nicht schaffen. Es tut mir leid, Leute. Ich bin mir sicher, ihr wolltet noch ein Treffen hier haben. In Miami. Aber ich werde das leider nicht schaffen. Und mit dem gesagt. Lass uns mit der heutigen Sendung anfangen. Und das ist kein finanzieller Rat. Das ist einfach nur Trading Unterhaltung. Macht eure eigenen Recherchen. Bevor ihr irgendein Geld in den Markt investiert. Okay, und lasst uns weitermachen. Mit den Charts hier. Und das war einfach nur verrückt. Bitcoin ist einfach nach unten gebrochen. Und wir haben gedacht, es wird richtig dampfen. Und den unteren Bereich rausnehmen. Und nein. Boom. Plötzlich ist er hochgeschossen. Und völlig explodiert. Und ihr könnt sehen, dass wir hier, wenn du darauf gewartet hast, auf diesen Ausbruch, bei den 39.700. Nein, stimmt gar nicht. 39.971. 39.971. Dann bist du jetzt im Profit. Und das sieht so aus, als ob es noch weiter hoch geht. Und das Ziel natürlich, das wäre die Spitze von diesem Bereich. Aber ich glaube wirklich, dieses Mal werden die Bären ihre Kraft verlieren. Und wir werden abheben. Wenn ihr einen Einstiegspunkt sucht, dann könnt ihr sehen, ihr könnt versuchen, auf der vierstädten Chart, hier den Einstiegspunkt setzen, wo der Boden ist von den letzten vier Stundenkerzen. Lass uns sehen, wo das ist. Das ist bei dem Stop Loss. Wie ihr sehen könnt, und es lief, das Stop Runs zu machen. Also vielleicht willst du es etwas niedriger setzen. Oder den Einstiegspunkt in diesem Bereich. Und dann ein 2% Verlust. Aber dann wirklich nur mit 2% Verlust. Also ich wäre nicht überrascht, wenn der Markt zurückkommt und diese Bereiche hier versucht auszulöschen. Diesen Bereich. Wir könnten beides natürlich tun. Du kannst einen Einstiegspunkt auf der niedrigeren Zeitebenen suchen. Und sollte es sich dann da auslöschen, in diesem Bereich bei 39.879, dann kannst du nochmal neu einsteigen und nochmal 2% Verlust nehmen. Sollte es weitergehen. Das ist noch ein Weg, wie man damit umgehen kann. Ihr könnt sehen, wir haben schon auf der 15-minütigen schon ein W gebildet. Und ihr könnt sehen, das ist definitiv ein Stop Run hier. Also er wartet mehr von diesen Stop Runs. Und das sieht so aus, als ob es abheben möchte. Genau hier. Und das Ziel von diesem W, genau hier, wie ihr sehen könnt, der Ausbruch ist genau da. Aber das Ziel von diesem W wäre, von hier nach da, bis hoch zu, lass uns sehen. Also wir werden die jetzige lokale Spitze rausnehmen. Nein, noch nicht ganz. Ne, vielleicht nicht. Höchstwahrscheinlich werden wir nur in die Nähe davon kommen oder die lokale Höhe rausnehmen. Aber seid nicht überrascht, wenn die Preisbewegung so etwas macht. Wir kommen hier hoch, gehen höher, bis in den Bereich. Und dann scheitern wir. Und dann nehmen wir diesen Bereich hier wieder raus, nur um diese ganzen Stop Runs zu machen. Wo diese ganzen Stop Loss sind von diesen Long Positionen. Also seid auf sowas vorbereitet in der nächsten Zeit. Momentan sehen wir sowas häufiger an der Preisbewegung von Bitcoin. Okay. Mit dem gesagt, lass uns rüber gehen zu Ethereum. Aber bevor wir das tun, ich möchte, dass ihr wisst, dass Bybit und Femex gerade sehr hohe Einzahlungsbonus hat. Femex hat 1200 Dollar und Bybit hat 1600 Dollar. Geht sicher, dass ihr von diesem Bonus profitiert, indem ihr auf meine Links drückt. Und dann bekommt ihr diesen Bonus. Und wenn du den DJ 15 Token besitzt, dann profitierst du auch dadurch 12,5% von meinen Einnahmen gebe ich dir zurück, weil du den DJ 15 Token besitzt. Also gehe sicher, dass du den DJ 15 Token besitzt, zusammen mit meinen Referral Links. Okay, lass uns rüber gehen zu Ethereum. Oh, Ethereum. Diese Chart ist sehr unordentlich. Ich werde sie etwas aufräumen. Hier haben wir es. Boom, I'm just gonna clean this up. Boom. Und ihr könnt sie in Ethereum. Schau dir das an. Ich werde ausbrechen und nein, doch nicht. Und jetzt werde ich ausbrechen und nein, doch nicht. Und jetzt breche ich aus. Ethereum kann sich einfach nicht entscheiden. Aber das ist in Ordnung. Alles gut. Es wird definitiv nach oben gehen. Es macht es nur sehr schwierig für die ganzen Trader, da in den ganzen Trades zu bleiben. Bis hoch zu dem 3000er Bereich. Wenn du jetzt noch nicht in einem Trade bist, und ihr könnt sehen, dass Ethereum richtig hoch marschiert, ihr könnt sehen, dass es höchstwahrscheinlich, wenn wir eine Trennlinie nehmen, von hier, lass uns sehen, wir nehmen einen Strahl und dann machen wir eine Trennlinie nach oben. Ich glaube, lass mal sehen, dass wenn wir diesen Bereich durchbrechen, wenn wir diesen Bereich durchbrechen, diesen Trend und weiter nach oben gehen, dann wird es richtig explodieren. Dann sehen wir eine explosive Bewegung und wir werden hier irgendwo nur einen Punkt erreichen, wo wir dann explodieren. aus diesem Kanal, also wenn es nach oben bricht, dann wird es richtig heftig explodieren. Jedes Mal, wenn es runterkommt und dir Angst macht und sagt, wir brechen aus, wir brechen aus diesem Kanal, aus diesem Rising Wedge, es versucht nur die Angst zu machen, die ganzen Trader rauszujagen, weil das ist ein sehr enges Rising Wedge, wie ihr sehen könnt. und das versucht immer wieder durchzubrechen und dich zu beängstigen. Also, es wird definitiv sehr weit hoch, höchstwahrscheinlich sehr viel weiter hoch als der 3000er Bereich, also erwartet das, vielleicht 3200, 3300 für Ethereum, bevor das vorbei ist und dann werden wir Konsolidierung sehen, Seitwärtsbewegung und dann die nächste Bewegung nach oben. Und was Neues über Ethereum, Es verbrennt 10.000 Dollar Wert an Ethereum jede Minute. Das sind 2 Millionen Dollar Wert an Ethereum jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Und das wird riesig in der Zukunft. Das wird mehr Leute und mehr Käufer zu Ethereum ziehen, kurzfristig und auch langfristig gesehen. Wir werden höchstwahrscheinlich sehen, dass Ethereum Bitcoin übertrifft. Auch nachdem Bitcoin die Spitze erreicht, wird es weiter nach oben gehen. Meiner Meinung nach, weil ich glaube, wenn ein Asset erstmal in einen deflationären Modus geht und er eigentlich deflationär wird, es beeinflusst den Coin oder das Asset nicht sofort, frühestens 12 oder 18 Monate danach. Also, wir werden sehen, dass Ethereum einen massiven Run haben wird, ungefähr in einem Jahr oder zwischen einem Jahr und 18 Monaten, wegen diesem Event und wegen diesen Nachrichten. Und ja, ich bin glücklich darüber. Ethereum übertrifft Bitcoin. Wenn wir uns das ansehen, auf der Bitcoin-Ethereum-Chart und lass uns eine öffnen, genau jetzt. Okay. Hier haben wir es. Und ihr könnt sehen, wow, es bricht gerade aus Aus diesem Descending Triangle. Ist das ein Descending Triangle? Nein, das sieht eher aus wie ein, ja, das ist ein Descending Triangle. Lass uns sehen. Ich werde das einfach ein Descending Triangle nennen. Und ihr könnt sehen, boom, das war ein Descending Triangle, den ganzen Weg runter. Und das ist ausgebrochen. Und es bricht weiter nach oben. Und ihr könnt sehen, dass das etwas richtig Verrücktes machen könnte. Und sehr viel weiter hoch geht. Ausgebrochen von hier. Also ihr könnt sehen, unser Ziel wäre ungefähr 0,09. In dem Bereich ungefähr. Und es wird höchstwahrscheinlich sehr viel weiter hoch gehen. Und Ethereum ist auf seiner Flugbahn. Und ihr könnt auch sehen, die Dominanz, oh, sie hat Schwierigkeiten da durchzubrechen, durch dieses Descending Triangle. Und ihr könnt sehen, mir ist es gerade aufgefallen, mir ist gerade was aufgefallen hier. Dieser Trend, wenn wir uns das ansehen, dann kannst du sehen, dass das vielleicht, ich weiß nicht, lass uns sehen. Also ich glaube, wir könnten die WIC ignorieren. Und das wäre dann, das gibt uns noch mehr Informationen, das war ein Rising Wedge. Also wenn wir ausbrechen von dem Rising Wedge, ja, das ist ein Rising Wedge. Und wir sind höchstwahrscheinlich durchbrochen. Ganz klar. Und jetzt könnten wir das nochmal testen. Und hoffentlich geht das nicht wieder rein in dieses Wedge und weiter nach oben. Aber ich glaube, es wird weiter nach unten brechen. Und wir werden eine massive Altcoin-Saison sehen. Und mir gefällt es. Und wir machen die Little Old Lady Strategy. Und wenn du nicht Teil der Little Old Lady Strategy bist, dann verpasst du sehr viel Profite. Das ist ein einfacher Weg, um zu profitieren durch die Altcoins. In der nächsten Altcoin-Saison. Ich zeige dir genau, wie du kaufen sollst die Altcoins. Und wir machen das auch in unserer Gruppe. Also ich werde ein Video heute machen. Also wenn du interessiert bist, welche Altcoins du kaufen musst und wie viel. Und wer denn Teil der Gruppe? Und wir haben sehr viele Videos da, wie wir die Altcoins kaufen und die Altcoins traden. Also geht sicher, dass ihr ein Teil der Gruppe seid, so dass ihr einfaches Geld machen könnt, mit der Little Old Lady Strategy und profitiert ohne sehr viel Stress und sehr viel Arbeit wie Day Trading. Also ich freue mich wirklich darauf, euch zu sehen. Und ihr könnt das tun, indem ihr abonniert zu DaVinciJ15 und macht das Ganze heute noch. Okay, mit dem gesagt, danke, dass ihr alle hier wart. Danke, dass ihr geschaut habt. Und denkt dran, Bitcoin ist echt. Bitcoin ist hier, um zu bleiben. Und ihr müsst ein Teil davon sein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.